Also, der Hase ist aus dem Hut, die Katze ist aus dem Sack, die Hecke ist getrimmt, die Sarah Wagenknecht ist aus der Linken heraus. Die Spekulationen haben ein Ende. Sarah Wagenknecht gründet eine eigene Partei. It is time for the Wagenknecht to make their own geknechteten Partei. Erstmal unter dem Namen oder dem Verein Bündnis Sarah Wagenknecht als Vorstufe wird sie weitere Abgeordnete verlassen. Die Linke, die Folgen dürften weitreichend sein in jeglicher Form. Ich nehme euch mal ganz kurz mit, warum das eine ziemlich heftige Angelegenheit ist und warum sich das unter Umständen tatsächlich auch positiv auswirken würde. Sarah Wagenknecht, die ein sehr polarisierender Charakter und auch ein sehr populistischer, könnte man meinen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn man Sarah Wagenknecht hört, dann hört man nicht Inhalte, sondern man hört immer nur Oppositionsarbeit der einfachsten Art und Weise. Sarah Wagenknecht war in der Position der Linken auch immer so ein bisschen das, was die AfD bundesweit macht. Sie ist einfach dagegen. Sarah Wagenknecht war gegen alles. Sie ist, seitdem sie in der SED war, immer irgendwo dagegen. Macht ein bisschen hier, macht ein bisschen da. Hat sich in rhetorischen Debatten immer als hervorragend herausgestellt und ist damit auch ziemlich beliebt. Was für mich ziemlich überraschend ist, denn politische Ergebnisse von ihr sind einfach nicht zu bezeichnen. Ähm, also ich wüsste nicht, dass man sagen kann, ey, die, äh... Ich bin aller Schweizer sehr enttäuscht von den Nationalratswahlen. Jesus Christ, da kommen 100 Euro. Ja, die Schweiz, ich weiß, aber das ist ein anderes Thema. Wir können jetzt nicht über die Schweiz reden, weil die Schweiz hat ganz andere Probleme, Digga. Die Schweiz sagt auch Ausländer raus, das möchte ich sagen. Aber Sarah Wagenknecht, Dankeschön für 100 Euro. Barnoway, ich küsse dein Portemonnaie. Okay, ich möchte das sagen, Dankeschön. Aber das ist so ein kleines, ist so ein kleiner, äh, Funfact. Ich, in meiner Wahrnehmung, das könnt ihr anders sehen, das können die Leute, die das jetzt auf YouTube sehen, auch gerne in die Kommentare schreiben. Für mich ist Sarah Wagenknecht, ähm, Personenkult ohne jeglichen Inhalt. Die, da gibt's keinen Inhalt, die verkauft ihr Buch. Politik ist eher bei ihr in einer Talkshow. Und, äh, ja, keine Ahnung. Ich verstehe den Kult um die Person nicht wirklich, aber es gibt einen Kult, einen Personenkult um Sarah Wagenknecht. Das sieht man auch, wenn man ihren YouTube-Kanal ansieht, der sehr, sehr viele Aufrufe hat, ne? So. Sarah Wagenknecht hat jetzt schon seit Monaten angeteasert, eventuell spekulativ eine eigene Partei zu machen. Und jetzt ist es tatsächlich passiert und mit diesem, mit dieser Parteigründung passieren zwei Dinge, wahrscheinlich. Man muss wahrscheinlich sagen, das ist jetzt auch etwas, das ich mache, wie hälsische, seerische Fähigkeiten nutzende Heilpädagogen, ja? Also ich versuche so ein bisschen, ich versuche so ein bisschen in die Zukunft zu sehen, das dritte Auge zu öffnen und zu sagen, was könnte passieren? Also lass das bitte immer mit ein bisschen Grain of Salt zu, und denk daran, okay, das ist jetzt reine Spekulation, weil man das nicht, nicht fest sagen kann. Aber darum, was könnte passieren? Zwei Dinge, die passieren könnten oder drei insgesamt, aber ich konzentriere mich mal auf zwei. Die erste Sache ist, sie wird die Partei, die Linke, verlassen und das steht natürlich ziemlich fest und wird einige Abgeordnete der Linken mitnehmen, ja? Darunter Co-Vorsitzenden Mohammed, Amira, Amira Mohammed Ali, die mitkommen wird. Und dann noch andere Abgeordnete, ich zähle aktuell neun linke Abgeordnete. Das wird zur Folge haben, dass die Partei, die Linke, vor der Existenzfrage steht, ob sie sich überhaupt noch in irgendeiner Form auf Wahlblättern durchsetzen könnte. I don't know. Wahrscheinlich nicht. Unter Umständen ist der Austritt Sarah Wagenknechts aus der Partei, die Linken, das letzte Mal, dass die Linke für irgendwas in der Zeitung steht, abgesehen von der Tatsache, dass die Partei, die Linke, nie wieder in der Zeitung steht. Da könnt ihr gerne selber spekulieren und sagen, okay, alles klar. Ja, kann sein. Zweite Sache ist, und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr interessant und unter Umständen gut finde. Im Umgang mit dem Personenkult um die Personalie Sarah Wagenknecht ist es in der Vergangenheit immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Menge Leute, die die AfD wählen, eigentlich sich wünschen, Sarah Wagenknecht würde eine Partei haben, damit sie sie wählen können. Und das in einem Maße, in dem ich mir sagen muss, Alter, das könnte unter Umständen sehr unangenehm für die AfD werden. Und die AfD weiß das selber auch, denn zuletzt hat Alice Weidel, Co-Vorsitzende, ziemlich heftig gegen Wagenknecht ausgeteilt, weil die sich sehr wohl bewusst sind, was es bedeutet, wenn Sarah Wagenknecht eine eigene Partei macht. Denn wenn Sarah Wagenknecht eine eigene Partei macht, bedeutet das, Fascho-Wähler zu teilen, wie Moses das Scheißmehr. Und das ist etwas sehr Gutes. Denn da Leute zu haben, die aus Frust die AfD wählen, die dann aus Frust eine Partei wählen, die unter Umständen keine rechtspopulistische Partei ist, und dass sich diese Wählerschaft aufteilt, ist sehr gut. Das ist gut. Das heißt nicht, dass Sarah Wagenknecht eine gute Politikerin ist und ich die nicht fragwürdig finde. Ich finde sie fragwürdig. Das ist halt ein Personenkult, der genauso um den Influencer herrschen könnte. Aber geleistet sehe ich da nicht wirklich was. Wenn sich Sarah Wagenknecht in Zukunft weiter von der Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten distanziert, so wie sie es auch schon getan hat, dann könnten das erhebliche Einbußen für die AfD bedeuten. Und das ist etwas sehr Gutes. Also ich habe ein großes Problem mit dieser Frau. Und ich habe auch ein Problem damit, sagen wir mal, sagen wir mal da irgendwie von einer guten Politik zu sprechen. Gar nicht. Absolut gar nicht. Ich sage nur, eine Parteigründung von Sarah Wagenknecht ist automatisch in meiner Wahrnehmung erheblicher Prozent Wählerverlust an der Basis für die AfD. Die Leute würden eher Sarah Wagenknecht wählen als die Faschopartei, weil sie das auch immer wieder bekunden. Da kann man auch gerne mal durch die YouTube-Kommentare ihres Kanals fliegen. Und da kann man auch gerade ein bisschen eine gewisse Aufmerksamkeit aufsetzen. Es bleibt also sehr spannend. Es bleibt äußerst spannend. Inhaltlich muss ich sagen, da ist es zu früh jetzt irgendwas zu sprechen. Ich habe keine Ahnung, welche inhaltlichen Auseinandersetzungen Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei sieht, wo sie sich positioniert. I don't know. Ich möchte das alles unter Vorbehalt noch erwähnen. Das kann sein, ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht super geil sein. Vielleicht, keine Ahnung, es wäre alles Spekulation. Aber das sind die beiden Punkte, die ich zusammen mal vorlegen würde. Erstens, die Linke wird potenziell am Weggang Sarah Wagenknecht zerfallen. Und zweitens, die AfD wird erhebliche Wählerschaft einbüßen aufgrund der Tatsache, dass sie alleine eine Partei macht. Und das ist, ja, so ist das jetzt erstmal. Ich habe noch kein Parteiprogramm von ihr gesehen. Ich habe noch nicht mal einen offiziellen Parteinamen von ihr gesehen. Die ganze Sache heißt noch Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist nichts, was man, also das ist wahrscheinlich näher an der Wirklichkeit, als jeder andere Name sein kann. Denn wenn Sarah Wagenknecht da nicht sitzen würde, würde das niemand wählen. Aber das ist halt, ja, so ist das halt. Und für mich ist es gut, wenn sich die Rechte und besonders die populistische Rechte so ein bisschen zersetzt und nicht alle in einer Partei hängen, weil das gefährlich für uns alle ist. Deswegen, I think it's good. Ich denke, das ist erstmal nicht verkehrt. Vielleicht wird es noch verkehrt sein. Vielleicht wird es nicht, I don't know. Vielleicht nennt sie sich auch die Rechte Linke. Die Partei die Rechte Linke. I don't know. Wir wissen das alle nicht. Ich wollte euch nur auf den Laufenden halten. Sarah Wagenknecht gründet eine eigene Partei. Für die Leute, die das auf YouTube sehen, auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben, was sie davon denken. Ob sie mir zustimmen, ob sie mir nicht zustimmen und was sie glauben, was jetzt passieren wird. Ob jetzt apokalyptische Szenarien ausbrechen oder was auch immer. Das wollte ich nur mal loswerden. Kuss, kuss, kuss.